Hier geht es scheinbar gerade mächtig ab. Es sind so viele von diesen Flugviechern da. Machen wir mal den Stern. Ist das da oben auch eine Brutstätte für die Flugviecher? Heidewitzker, ey. Was ist denn hier schon wieder los? Es sind sogar zwei Brutstätten für die Fliegenden. Hallo? Wie wäre es mit ein bisschen Rücksicht auf einen alten Drachen? Gott, was geht denn? Mir scheint es so, als wäre der Ödlandzauber viel stärker geworden. Hier haben wir nochmal so eine heiße Quelle. Kämpfen immer noch um ihr Überleben. Werden noch immer mehr Flugviecher. Vier, sechs, sieben Stück oder so. Der Turm ist weg. Der ganze Turm ist weg. Hier machen wir noch eine Meuchelschwinge. Ein bisschen eigene Flugeinheiten. Also bevor ich hier richtig Ruhe kriege, muss erstmal da oben alles weg. Das ist ja bedeutend zu viel. Der ging ja meilenweit vorbei. Schön, dass die Brutstätten von denen aber nicht allzu viel aushalten. Wunderland, große Invasion. Tut mir leid. Das ist sehr schade. Aber aktuell bin ich hier beschäftigt. Denn hier ist auch eine große Invasion. Siehst du das denn nicht? Gut, weg. Es sieht fast so aus, als würde er jetzt nicht mehr einen Schaden immer machen, sondern zwei. Das ist Ödland. Wie ein Zauberslot. Nein, 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 nein. Setzt eure Markierung woanders hin. Was ist da vorne noch? Ach, noch mehr Flugviecher. Schön. Jetzt weiß ich auch, warum da so viele waren. Gottes Willen. 90 Schaden. Der Feuerstrahl macht 90 Schaden. Das ist ordentlich. So, was sagt die Map? Wonderland, da war irgendwas. Earth Skull sieht gut aus. Wonderland wird kritisch. Aber es sind doch nur sieben Monster. Was ist denn da los? Eventuell die Türme weggeschossen. Hier nur das Ganze langsam überhanden. Muss ich leider sagen. Boah, Leute. Ne. Komm. Gut. Leider muss ich sagen, dass ich jetzt Schluss machen werde. Darauf habe ich gerade keine Lust. Ich meine, ich war selbst schuld, weil ich nicht gespeichert habe. Aber trotzdem. Ich habe jetzt keine Lust, das alles normal zu machen. Obwohl, fünf Minuten gebe ich mir noch. Dann habe ich nämlich die Stunde voll. Und dann kann man das alles in gleicher Länge ungefähr verarbeiten. Und dann kann man das alles in gleicher Länge ungefähr verarbeiten. Sehr, 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 sehr nervig. Sehr, 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 sehr nervig. Ja. Hier hinten war doch irgendwo dieses Gnufi. War das da hinten? Da. Hier überall. Was war das? Diese Tasta habe ich ja noch nie gesehen. Also ich habe sie schon gesehen, aber ich habe sie noch nicht angewandt. Interessant. Komm schon. Komm schon. Das ist so scheiße, dass es so viele Viecher sind, Mann. Und dann auch noch so nervige. So, jetzt sind es noch drei Minuten. Ja, Zerstörungsgrad der Stadt 50%. Sehr schön. Interessiert mich leider ein Scheiß. Das Einzige, was ich euch bieten kann, ist eins von diesen Todessternen da und denen. Meine Stadt wird gerade nicht nur hier angelaufen. Alter! Wie viele kommen da denn? Das ist doch nicht wahr. Ja, mir ist klar, dass der Zerstörungsgrad 50%, äh, mehr, 75% beträgt. Aber guckt euch das nochmal an. Was soll ich denn hier machen? Die Stadt wurde zerstört. Fick dich ins Knie, du Wichser. Mann, ey. Echt ein Arschloch bist du, ey. Mann, ey. Ne, ich speichere nicht, Leute. Tut mir leid. Ähm, beim nächsten Mal geht's weiter. Forest. Sehr nerviges Gebiet auch wieder. Das Spiel ist sehr frustrierend. Bis zum nächsten Mal.